So, meine lieben Freunde, neues Fußball-Video, neues Hertha-Video. Ja, worum geht's heute? Es wird heute nicht ganz so ein langes Video. Es geht um Nada Jindawi, der hat eine Trikot-Nummer bekommen und gefühlt erstmal die Hertha-Shop-Seite lahmgelegt. Es geht um Kilian Nsona, der leider wieder verletzt ist. Es geht um Demirovic, der ja immer wieder bei Hertha im Gespräch ist. Jetzt bahnt sich allerdings ein Wechsel zum FC Augsburg an, dem großen Big Village Club. Und Santi Askasiba gibt sein Interesse von West Ham. Und letztes Thema, Gonzalo Pacencia, der Portugiese. Den sollte Bobic gut kennen, ist der bei Hertha im Gespräch. Wenn euch diese Themen interessieren, bleibt gerne dran an diesem Video. Und heute Abend sind wir ab 18.30 Uhr online auf Twitch und gucken zusammen, freue ich mich sehr drauf, auf das Testspiel Energie Cottbus gegen Hertha BSC. Für alle, die nicht im Stadion der Freundschaft sind, freue ich mich, wenn ihr dem Stream beiwohnt. Wird bestimmt wieder ein lustiger Abend ab 18.30 Uhr auf Twitch. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, erstmal ganz interessante Nachrichten. Es gibt eine neue Trikotnummer für Nada. Das haben die auch wirklich wieder clever gemacht. Also die schlachten den Transfer, der ja erstmal nur zur U23 ist von Nada Jindowi, der ja auch nicht mit den Profis mittrainiert. Medial auf jeden Fall perfekt aus. Da haben wir ein großes Lob an die Marketingabteilung. Er selbst postet natürlich, er hat weiterhin diesen Traum bei Hertha im Olympiastadion zu spielen und so weiter. Er pusht damit natürlich, also das ist ja wirklich sein Traum, aber damit pusht er natürlich auch sein Social Media. Das ist eine interessante Geschichte. Leute drücken ihm die Daumen, dass er es in den Profikader schafft. Er selber wird alles geben. Und für uns ist es natürlich medial super. Also ich habe selten gesehen, dass eine Trikotnummer von einem U23-Spieler so einen Hype erzeugt hat. Der hat ein Reel auf Instagram hochgeladen, wo er seine Trikotnummer präsentiert hat vor dem Olympiastadion. Ich glaube, das hat über 200.000 Likes. Also wahnsinnige Dimensionen, die der da mitbringt. Und das ist, welche Nummer ist es? Ich muss ein bisschen schmunzeln. Das ist die Nummer von Lotti, die 37. Da musste ich ein bisschen lachen. Einfach mal von Lotti, die Nummer, die kriegt nada. Ich bin mir wirklich fast sicher, dass das das meistverkaufte Trikot seit Jahren bei uns wird. Und auf jeden Fall auch aus dieser Saison. Ich wollte vorhin mal auf den Hertha-Shop gehen, um zu schauen. Ich brauche mir das Trikot ja nicht kaufen. Ich habe es ja gewonnen in einem Gewinnspiel gegen Dennis. Aber der war einfach direkt down. Also ich weiß nicht, ob es an meiner Internetverbindung lag oder ob der wirklich kurzzeitig down war. Der Hertha-Shop war down. Ob das jetzt ein Zeichen von wirklich mega Überlastung ist. Der Hertha-Shop ist ja gefühlt immer sofort down, wenn es irgendwas gibt. Das war ja schon bei den Veröffentlichungen der Trikots so. Also da scheint unsere IT auch generell nicht ganz so gut zu arbeiten. Oder, aber der Andrang ist so unglaublich. Von allen Herrenländern wollen die Leute nada durch den Dowie-Trikots. Also da würde mich am Ende mal eine Zahl interessieren, wie viele Trikots der verkauft hat. Auf jeden Fall gut gemacht. Und auch noch geil, Hertha hat präsentiert, dass auf dem freien Ärmel, auf dem Hertha-Trikot, wird ein Berliner Bär abgedruckt. Finde ich sehr, sehr cool. Super Identifikation. Bobic hat das geäußert, dass man das machen will, um eben die Identifikation mit Berlin zu haben. Und eben auch zu zeigen, ey, wir sind Berliner. Finde ich richtig geil als Berliner, dass die das machen. Ja, das zu den Trikots. Eine nicht so schöne Nachricht kam gestern raus. Die BILD hat das als erstes erfahren. Tja, Kian Sona. Als er verpflichtet wurde, wusste man natürlich, dass er einen Kreuzbandriss hat, dass er in der Reha ist. Und dass man wahrscheinlich erstmal nicht mit ihm rechnen kann. Und ihn auch eigentlich nur ein halbes Jahr an die Stadt, an den Verein, ans Training, an die Leute gewöhnen will, den jungen Mann aus Frankreich. Man hat aber schon so schätzungsweise gesagt, naja, im März oder so könnte er spätestens vielleicht mal einsatzfähig sein. So, war nicht der Fall. Er war bis Mai nicht möglich, dass er zumindest richtig mit der Mannschaft trainieren konnte. Deswegen hat man umso mehr auf die Vorbereitung gesetzt und jetzt ist er tatsächlich wieder verletzt. Jetzt hat er einen Schlag aufs Knie bekommen und fällt wohl laut BILD wirklich wochenlang aus. Also, das tut mir natürlich an der Stelle leid. Ja, wir machen ja manchmal so ein bisschen Witze darüber, aber es tut mir für den Menschen natürlich leid. Ich wünsche ihm eine gute Besserung in dem jungen Alter. Das kann sein, dass man sich davon nie erholen kann, von so einer Verletzung. An der Stelle alles Gute raus natürlich an einem Sona. Andersrum natürlich war das ein Transfer, der von Anfang an, ja, man konnte von Anfang an nicht damit rechnen, dass das jetzt der Halsbringer wird. Sind wir mal ehrlich. Und ich glaube, das hat Hertha auch nicht gemacht, ja. Also, wir können nicht davon... Erstmal wissen wir gar nicht, ob er in der Bundesliga funktioniert. Aber vom Sportlichen mal abgesehen, wissen wir ja, dass er im jungen Alter schon eine Kreuzbandverletzung hatte und auch immer wieder Rückschläge zu erleiden hatte. Also, ganz ehrlich, wir können gar nicht auf den zählen, ja. Also, es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass Silruzon uns verlässt, dass vielleicht auch Luke Bakio uns verlässt. Also, eigentlich müssen wir unbedingt noch was auf dem Flügel machen. Nicht nur wegen der Qualität, sondern eben, weil die Spieler, die wir haben, auch von der Zahl her, einfach gar nicht geplant werden können. Das ist wie mit dem Jovitic. Mit dem kannst du doch nicht als Stammspieler planen. Klar ist der technisch super. Und wenn er auf dem Feld ist und wirklich fit ist, hilft er uns auch weiter. Aber du kannst doch nicht damit rechnen, dass er uns wirklich weiterhilft. Weil er, wenn es gut läuft, ein bisschen mehr als die Hälfte der Spielzeit absolviert für uns, ja. Und bei Zona ist es so, halbes Jahr da noch kein einziges Spiel gemacht, verpasst jetzt wieder die komplette Vorbereitung. Also, mit dem kannst du nicht planen. Bei Lee ist es so, wie gesagt, wenn du einen Südkoreaner holst, der 21 ist und da alles rasiert ist, ist was anderes. Er ist 25, ich glaube nicht, dass er den Schritt noch macht. Andersrum ist er auch relativ viel verletzt. Würde ich auch auf gar keinen Fall drauf setzen. Ich freue mich, wenn er am Ende ein Glücksgriff war, aber ich glaube nicht dran. Das heißt, Till Ruzon geht, dann hast du nur noch für die Flügel Richter und Luke Bakio. Wir müssen unbedingt was machen, weil selbst Luke Bakio bei einem Angebot würden wir ihn ja ziehen lassen. Also, wir müssen unbedingt noch was auf dem Flügel machen. Das wäre schon wieder, also wir haben noch lange genug Zeit, aber wir erkennen es ja aus den letzten Jahren. Es war ja nicht nur beim letzten Deadline Day so, dass wir einfach keine Flügelspieler verpflichten, nicht verpflichten können, nicht verpflichten wollen, keine Ahnung. Und am Ende steht wieder der Rieder auf dem Flügel oder Suat Cerda. Also bitte nicht, bitte kümmert euch rechtzeitig. So wie wir uns jetzt rechtzeitig um einen Ersatzsechser zum Beispiel für Santi gekümmert haben, müssen wir uns auch rechtzeitig um Flügelspieler kümmern. Und nicht wieder irgendeinen Random, der noch nie Bundesliga gespielt hat und immer nur verletzt ist, sondern mal einen, wo man weiß, der hat zumindest mal das Potenzial, Stammspieler in der Bundesliga zu werden. Muss ja kein Überflieger sein, aber das muss auf jeden Fall passieren. Und diese Verletzung zeigt es umso deutlicher auch, wenn Sona im Laufe der Saison wiederkommt und der neue Wamann-Gituka oder sowas wird bei uns, oder Silas heißt er ja jetzt, dann freue ich mich doch. Aber darauf kannst du doch nicht zählen. Dann hast du wieder genau den gleichen Ritt auf der Rasierklinge, den ich ja letztes Jahr schon so bepöbelt fast schon habe. Also ich bin gespannt, was da passiert. Ja, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, wir sind ja auch noch weiter auf der Suche nach einem Stürmer und Demirovic für mich ist natürlich ein junger Spieler, der Tempo mitbringt, der auch seine Fähigkeiten hat und auch noch Entwicklungspotenzial hat. Aber 5 bis 6 Millionen ist mir einfach zu teuer, vielleicht sogar noch mehr. Freiburg würde ihn ja wohl abgeben. Er setzt sich da nicht so richtig durch, wird nicht richtig zum Stammspieler. Wir beschäftigen uns ja schon seit Winter mit ihm und deswegen kommen auch jetzt die Gerüchte immer wieder auf, dass er wahrscheinlich zu Hertha wechselt. Ich hätte da ein bisschen Bauchschmerzen, auch gerade bei so einem Spielertypen in der Stadt wie Berlin. Weiß ich nicht so richtig, ob das gut gehen würde. Von daher finde ich das neueste Gerücht, was jetzt aufgetaucht ist, gar nicht so schlimm. Die Freiburger sind ja wohl an Gregoritsch dran. Das wusste man schon vorher. Die wollen ihn gerne verpflichten, der Europa-League-Teilnehmer. Und jetzt bahnt sich eventuell ein Tauschgeschäft an Gregoritsch gegen Demirovic. Damit wäre Hertha dann dementsprechend raus, was ich aber auch okay fände. Bloß jetzt muss man natürlich sehen, was holen wir am Ende für einen Stürmer. Wahrscheinlich werde ich am Ende noch sagen, hätten wir lieber mal Demirovic geholt, weil die Alternative noch schwächer aussieht. Aber nun gut, scheint so, als wären wir in dem Bereich raus. Ja, Ivan Sunic oder Sunic haben wir ja verpflichtet als Backup für die Sechs. Gehe weiterhin davon aus, dass wir mit einem Sechser spielen. Aber natürlich in weiser Voraussicht, dass vielleicht sogar Toussaint und Santi uns verlassen könnten, ist diese Laie erstmal okay als Transfer. Finde ich ja völlig okay. Jetzt gibt es wohl heißere Gerüchte um Santi. Es war ja am Anfang gab es ja immer wieder mal so Gerüchte, dass er vielleicht sogar in seine Heimat zurückkehren könnte, zu Boca Juniors oder so, weil er sich halt auch in einem heimischen argentinischen TV-Sender dementsprechend geäußert hat, wie toll er diesen Klub findet. Bobic hat ja gesagt, er kann den Verein verlassen. Er ist ehrlich auf Hertha zugekommen und möchte den Verein verlassen. Bobic meint, das ist gar kein Problem. Bring mir einen Verein, der die Ablösesumme zahlt und dann kannst du gehen. Aus Medienberichten hieß es dann, dass wir wirklich 12 Millionen Ablöse fehlen wollen. Wir haben ihn damals für 11 Millionen verpflichtet. Laut Transfermarkt, den Marktwert von 6,5 Millionen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendein Klub mehr als 7 Millionen oder 8 Millionen für ihn bezahlen würde, auch wenn er noch zwei Jahre Vertrag hat und einer unserer besseren Performer war. Aber er ist halt ein defensiver Mittelfeldspieler. Dafür ist er technisch nicht so hochwertig genug, als dass man 2 Millionen Ablöse für ihn zahlt. Sowas macht nur Hertha. Aber jetzt soll angeblich West Ham United an ihm interessiert sein. Laut einem Journalisten, spanischen oder argentinischen Journalisten, der auf Twitter das gepostet hat. West Ham United soll Interesse haben an einer Verpflichtung von Santi Ascaciba. Letztes Jahr war ja der Backup-Sechser Alex Kral, mit dem wir uns ja immer beschäftigt haben, der ja immer noch zu ZSKA Moskau gehört. Der ist jetzt wieder weg, hat auch da überhaupt nicht gespielt. Und jetzt soll man Interesse an Santi haben. Das wäre natürlich mega geil, wenn ein Premier League-Klub Interesse an Santi hat. Weil dann können wir vielleicht sogar von ausgehen, dass wir nicht 12 Millionen kriegen, aber vielleicht kriegt man dann tatsächlich einen zweistelligen Millionenbetrag oder 9 Millionen plus Boni für einen Santi. Weil wir wissen ja, wie viel die zahlen. Und für die sind 9 Millionen auch nicht viel in England bei den Fernsehgeldern und Sponsorengeldern, die die da haben. West Ham United, ja, an sich, Santi passt schon gut nach England. Er ist jetzt nicht der Tempo-Fußballer nach vorne, der ja teilweise in England auch mittlerweile gespielt wird. Aber er ist halt ein richtiger Zerstörer. Und ich glaube, der wäre mit seiner Art zu spielen auch sehr, sehr beliebt auf der Insel. Andersrum wird er es da sehr, sehr schwer haben, einen Stammplatz zu erhaschen. Also die spielen ja schon meistens mit zwei Sechsern. Und das sind eben Sujek und Rice. Also ich glaube nicht, dass er sich da durchsetzen kann. Manchmal hat sogar Lanzini auf der Sechs gespielt oder auf der Acht. Und Lanzini ist zum Beispiel ja ein viel offensivfähigerer Spielertyp. Also kommt auf die Art und Weise an, wie sie spielen wollen. Aber ich glaube nicht, dass Santi sich da durchsetzen kann. Also dann muss er vielleicht damit leben, dass er zwar zu West Ham wechselt. Geile Stadt, London, international spielt. Wahrscheinlich ein stattliches Gehalt kriegt bei West Ham. Deutlich mehr als bei uns, diese knapp zweieinhalb Millionen. Aber er wird da wahrscheinlich kein Stammspieler werden. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, so sehr ich Santi auch schätze. Also schauen wir mal, Conference-League-Teilnehmer sind sie. Letztes Jahr nur Siebter geworden. Also hat nicht für die Euroleague gereicht. Also könnte er da auch diesen Anreiz haben, international zumindest in der kleinen Conference-League zu spielen. Ja, also ich sage ganz ehrlich, wenn West Ham zweistelligen Millionenbetrag überweist, gerne. Ab dafür. Wir müssen sowieso Geld erwirtschaften. Das geht bei uns nicht voran. Wir kriegen keine Spieler weg. Wir holen Spieler, müssen wir ja auch. Wir müssen auch weiter Spieler holen. Aber wir müssen auch Spieler loswerden. Genau wie ein Piontek, ein Alderete und Co. Also von daher würde ich das befürworten, wie seriös die Quelle jetzt ist, kann ich nicht sagen. Ja, wie gesagt, Spieltyp passt. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum die so einen Leidensdruck haben, die Londoner von West Ham, dass sie so viel Geld für einen Sechser ausgeben. Weil gut, letztes Jahr haben sie allein Leihgebühr für Alex Kral 5 Millionen bezahlt, muss man sich mal vorstellen. Nur Leihgebühr. Aber am Ende hat der ja überhaupt nicht gespielt. Aber ein Backup brauchen sie natürlich trotzdem. Auch ein Sujek, auch ein Rice kann sich mal verletzen. Vielleicht verlässt auch irgendeiner von denen mal den Klub, wenn ein großes Angebot kommt. Man weiß es nicht. Also schauen wir mal, was sich da die nächsten Tage heraus ergibt. Ja, und dann gibt es ein Gerücht aus der Rubrik Vertrau mir, Bruderquelle. Gonzalo Pacencia, Portugiese, 27 Jahre alt, Mittelstürmer, 1,84 groß, 3 Millionen Mark wert, Rechtsfuß, Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2023. Und so richtig spielt er da eigentlich keine Rolle mehr. Frankfurt hat jetzt Alario verpflichtet, da wird er sich nicht durchsetzen. Ich glaube, der wird als Stammspieler agieren. Dann haben sie noch Boré vorne. Ja, also so eine richtige Connection von Spaniern und Portugiesen und Südamerikanern, Boré, Pacencia und Alario. Zumindest können sie sich wahrscheinlich einigermaßen gut verstehen und verständigen. Aber Pacencia spielt da nicht mehr so die Hauptrolle. Und das hat er auch letzte Saison nicht mehr gespielt. Er hat zwar 25 Spiele gemacht, aber doch sehr wenig, über 90 Minuten, hat fünf Tore erzielt, eine Vorlage, wettbewerbsübergreifend. Dadurch, dass Frankfurt ja sehr, sehr lange in der Europa League war, ist das jetzt keine wahnsinnig hohe Zahl. Pacencia hat übrigens gegen Hertha getroffen im Hinspiel, als wir 2-1 in Frankfurt gewonnen haben und für mich eine der besten Saisonleistungen unter Pal Dardai damals abgerufen haben. Ja, und jetzt gibt es Gerüchte, dass US-Cremonese aus der Serie A, heißen die so, und Espanyol Barcelona aus der La Liga an ihm interessiert sein sollen. Aber laut Transfermarktforum einem Frankfurt-Insider auch Hertha BSC. Und das würde schon ein bisschen passen, weil Liga-Insider hat vor zwei Tagen berichtet, dass Pacencia einem Testspiel von Frankfurt nicht beiwohnt, weil er gerade in Verhandlungen mit einem anderen Klub ist. Und vielleicht ist das ja Hertha BSC. Ich meine, Frankfurt, Bobic kennt ihn. Ich glaube, Bobic hat ihn auch damals verpflichtet. Hatte auch teilweise eine gute Zeit unter Bobic, auch wenn er damals mal verliehen worden ist. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag, drei Millionen Marktwert. Also ich glaube, man würde vielleicht ein, zwei Millionen Euro Ablöse zahlen. Auch gehaltsmäßig wird das nicht das Größte sein. Er ist noch relativ jung. Er hat Bundesliga-Erfahrung. Er hat Bundesliga-Nachgewiesen, dass er es kann. Er ist ein etwas größerer Stürmertyp. Würde auch zu unseren jüngeren Stürmern passen, weil er die Erfahrung mitbringt. Kann vielleicht einen Gang haben und Surehand und so weiter auch ein bisschen noch fördern. Wäre eigentlich schon so ein Typ, den wir vielleicht brauchen. Aber so richtig überzeugt er mich nicht. Für mich ist er kein absoluter Goalget. Er hat für Frankfurt in 86 Pflichtspielen, 20 Tore, 8 Vorlagen. Ist keine schlechte Bilanz, ist aber auch nicht mega. Seine Schalkelei zum Beispiel da verlief jetzt nicht so wirklich mega erfolgreich. 16 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen. Damals kam er ja vom FC Porto für drei Millionen nach Frankfurt. Da hat er 16 Spiele gemacht, ein Tor, drei Vorlagen. Ja, portugiesischer Nationalspieler ist er auch. Hat zwei A-Nationalländerspiele gemacht, ein Tor dabei erzielt. In der Jugend ist er aber alle U-Mannschaften von Portugal wirklich stark durchlaufen. Von der U16 bis zur U21 57 Spiele gemacht und 22 Tore dabei erzielt. Also das ist auf jeden Fall ein Stürmer, wo ich sage, ja, fußballerisch vielleicht schwächer als ein Demirovic, muss man schon sagen. Aber ich glaube, bei dem könnte die Einstellung stimmen. Er hat auch mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen, aber bei ihm könnte die Einstellung stimmen. Er kennt die Bundesliga. Er ist vor allem günstig. Ich bin mir auch sicher, dass man dem natürlich nicht so einen Vertrag wie Selke geben würde. Für alle, die jetzt sagen, da ist ja Selke mindestens genauso gut, kann man vielleicht sogar so sehen. Aber er wird deutlich günstiger sein im Gehalt. Bobic hat die Connection zu ihm aus Frankfurt. Es ist kein Stürmer, den ich selber vorschlagen würde. Aber wir müssen halt auch realistisch bleiben und schauen, wer will zu uns, wen können wir uns leisten, wer gibt alles. Es ist vielleicht, ja, vielleicht ist es manchmal auch wichtiger, einen Stürmer zu haben, der alles gibt, als einen Stürmer zu haben, der fußballerisch besser ist. Wäre kein Wunschstürmer von mir. Könnt mir ja mal eure Meinung schreiben. Ich weiß auch nicht, was da jetzt an dem Gerücht dran ist. Es ist, ja, leicht aus der Luft gegriffen vielleicht auch. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, mal darüber zu sprechen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare zu Pacencia, zu Santi und Westam, zu Demirovic, zu Zona, der wieder verletzt ist. Und, was denkt ihr eigentlich? Schafft es Nada, sich im Profikader durchzusetzen? Vielleicht holen wir, ey, vielleicht holen wir auch gar keinen Flügelspieler mehr. Und Nada, wir planen irgendwie mit Nada. Aber dann sollte er vielleicht auch mal ein bisschen Vorbereitung bei der ersten Mannschaft mitmachen. Also da muss man sich langsam entscheiden. Aber ich denke mal, Bobic hofft ja auch weiterhin auf eine Juke oder so, was ein bisschen ins Stocken geraten ist. Oder andere, oder der zaubert wieder irgendeinen Spieler, ja, irgendeinen Itch-Spieler, aus dem Hut, den gar keiner auf dem Schirm hatte. So wie bei Ivan Sunic oder Uremovic. Die hatte ja wirklich gar keiner auf dem Schirm. Und da gab es auch gar keine Gerüchte vorher zu. Also schauen wir mal. Es wird eine spannende Zeit. Heute Abend sind wir auf Twitch. Ich freue mich auf das Freundschaftsspiel. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder zwei Mannschaften sehen. Zweimal diese gleiche Formation. Wenn man vielleicht auch schon ein bisschen die Spielidee erkennen muss. Wir müssen ja zu Cottbus nicht 8-0 weghauen. Aber wenn man einfach so ein bisschen, immer mehr von Testspiel zu Testspiel, auch wenn die nicht aussagekräftig sind, aber von Testspiel zu Testspiel vielleicht mehr die Spielidee erkennt. Da würde ich mich drüber freuen. Dementsprechend freue ich mich heute Abend auf das Spiel. und wir sehen uns bis dann. Ciao und schönes Wochenende, meine Lieben.